Cunca ist eine Stadt in der spanischen Autonomregion Castilien-La Manza und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Cunca. Der Ort ist mit einem Standort der Universität Castilien-La Manza eine Universitätsstadt. Geografie Die Stadt liegt zwischen Madrid und Valentia in der Autonomregion Castilla-La Mancha. Cunca ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Sie ist neben Albadete, Ciudadril, Guadalajara und Toledo einer der fünf Teile der Autonomregion Castilien-La Mancha. Geografisch gesehen liegt Cunca auf dem Übergang zwischen der Cunca-Gebirgsregion und der La Manza-Ebene. Das historische Zentrum der Stadt besitzt eine außerordentlich pitt-toreske Lage auf einem Felsplateau zwischen den Schluchten der beiden Flüsse Yucca und Yucca. Das Klima ist aufgrund der zentralen Lage auf der eberischen Halbinsel kontinental geprägt. Kulturelle Veranstaltungen In Cunca findet jedes Jahr zu Ostern ein Festival der religiösen Musik statt. Im Jahr 2012 fand das 51-Festival statt. Für das Festival werden auch Werke in Auftrag gegeben. Ein Artist im Residenz wird eingeladen. Sehenswürdigkeiten Die Region Cunca war während der Römerzeit kaum besiedelt. Erst als die Mauren Anfang des 8. Jahrhunderts die Region eroberten, erkannten diese sofort die strategisch günstige Lage und erbauten dort die Festung unter dem Namen Cunca. Noch heute ist der arabische Einfluss in der Stadt sichtbar. Die berühmten hängenden Häuser sind die faszinierendste Sehenswürdigkeit der Stadt. Insgesamt ist das Bild der Altstadt durch die Jahrhunderte geprägt worden von der durch die zwei Schluchten bedingten Knappheit an Wohnraum. Dementsprechend finden sich in der Altstadt vor allem enge, steile und kurvige Gässchen. Der Ort ist aufgeteilt in Altstadt und Neustadt. Die letztere besteht vor allem aus modernen Wohngebäuden. Sie liegt weiter unten im Tal des Juca. Die Altstadt ist mit ihrer malerischen Lage auf dem Felsplateau wohl eine der interessantesten Städte Spaniens mit vielen spektakulären Aussichtspunkten. 1996 wurde die Innenstadt von Cunca von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. König Alfons VIII. nahm im Zuge der Rückeroberung die Stadt im Jahr 1177 den Mauren ab, die Spanien seit 711 beherrscht hatten. Kurz danach war Baubeginn für die gotische Kathedrale der Stadt. Weitere wichtige Bauwerke sind die Stadtverwaltung aus dem 18. Jahrhundert, der Bischofspalast und die Burg, die als Erweiterung einer arabischen Festung aus dem 10. Jahrhundert entstanden ist. Museen Cunca beherbergt seit 1966 Dekasekunden bedeutende Museum für abstrakte spanische Kunst, eine spektakuläre Sammlung abstrakter Kunst. Dieses bedeutende Museum verfügt über eine ständige Ausstellung mit hunderten von Gemälden und Skulpturen bedeutender Vertreter der abstrakten spanischen Kunst aus den 50er und 60er Jahren. Punkt. Das Museo de Cunca befindet sich in der sogenannten Straße Casa del Curato und zeigt archäologische Funde und die Geschichte der gesamten Provinz. Cunca, seit dem Paleolithicum bis zur Moderne. Besonders bemerkenswert ist seine Münzsammlung. Punkt. Die Fundation Antonio Pérez liegt im alten Kloster der Karmeliten und ist ein bekannter Schauort zeitgenössischer Kunst. Es beherbergt unter anderem Werke von Melaris Gordillo, Torna Antonio Saura, Zobel, Canoga, Bronsa und Warhol. Das Wissenschaftsmuseum La Manza ist in einem ehemaligen Obdachlosenheim untergebracht. Es ist in vier Seele und ein Planetarium aufgeteilt, die in didaktischer und dynamischer Weise eine Vielzahl von wissenschaftlichen Themen behandeln. Punkt. Das Museum As Natura hat die Einzigartigkeit und Biodiversität der Region Castilla La Manza zum Thema. Gelegen auf dem Hügel Molina besteht es aus zwei Teilen. Der erste ist das Museumsgebäude selbst, das die neuen natürlichen Einheiten von Castilla La Manza thematisiert. Der zweite Teil besteht aus einem botanischen Garten um das Gebäude herum. Punkt. Weitere Museen in Kunca sind Tesoro Catedralicio Museo Diocesano de Arte Religioso Fundation Antonio Saura Casa Savala Museo Internacional de Electrografia Espatio Torna Museo de la Semana Santa Verkehr Kunca verfügt über einen Bahnhof. Im Jahr 2010 wurde eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke errichtet, die Madrid-Atocha und Valentia verbindet. Daneben besteht auch Busverkehr durch den Betreiber Autores nach Madrid. Die Autobahn A40 verbindet die Stadt mit der AA3 in Tarankon. Söhne und Töchter der Stadt Pablo Anduja Tennisspieler Juan Dias Gelehrter und Protestant Leonardo de Figueroa Architekt Luis de Molina Jesuit und Theologe Alonso de Ojeda Seefahrer und Entdecker Julian Ruiz Matorell Römisch-Katholischer Bischof von Hüske und Jacca Römisch-Katholischer Bischof von Hüske und Töchter